Und wenn ich dann auf dem großen Markt laufe und mich die Kathedrale ansehe, dann erfahre ich, wie das mal gewesen war. Dann spüre ich aber auch, dass die Stadt sich aus dieser Geschichte heraus wieder eine neue Dimension gegeben hat. Und da ist schon viel Schönes passiert, mit Respekt für die Geschichte, aber mit viel Lebenslust und viel Freude. Zum Beispiel die Renovation der Lamotte Brauerei.